Soll ich dir verraten, woher ich weiß, dass der hier dir gehört, Vicky? Ich hab dich angepiept und jemand hat das Ding neben einer Flasche Himbeerlimonade und einer Zeitschrift für Idioten mit Pubertätsproblemen gefunden. Aber egal, kommen wir zur Sache. Das Ganze hat mich auf eine super Idee gebracht, denn du weißt, ich hab zufällig morgen frei. Ich werde mich auf meine Couch setzen, Whisky schlürfen und dich alle 20 Sekunden anpiepen und wenn du nicht antwortest, werde ich dir das Ding so tief in den Hals stecken, dass du jedes Mal, wenn es anfängt zu piepen, einen Harndrang verspüren wirst. Das wird super lustig. Ihr steckt das ein.